Moin Leute! Willkommen zu einem neuen Live Commentary. Heute mit dem YouTube Gamescom, dem Turki 55 Style und dem Lars Goldfisch. Meine Waffe, das Ballistische Messer und die Armbrust, die werde ich aber gleich austauschen. Ne, ich werde heute mit der Armbrust tocken. Ja, das ist heute mein Ding. Auch wenn ich auf der Map abkacke, kacke ich ab. Ja, hi Leute, ich bin's hier der Turki Style. Wieder zu einem weiteren Commentary. Komm rein! Ich bin nicht Waffe. Ach so, das ist Stock und Stein. Da hat man nur diese Waffe. Ja, ich glaube nicht. Komm rein! Nein, er kennt mich! Yes, Nigga! Oh, Lars Goldfisch! Ach, warte mal, was ist denn das denn? Komm her! Komm her! Ich will dich trinken! Ich will dich trinken! Ja, so sieht's aus, Alter! Ja, das war jetzt der YouTube Gamescom. Zurki 55 Style hat mich erwischt, Digga! Komm her! Jo, noch einen erwischt! Ja. Wow! Maxi Predator! Du hast mich erwischt, Maxi! Sehr schön! Oh, da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Ah! Wer ist das? Der Alex 86! Ich bin auf dem vierten Platz. Und ich bin auf dem dritten Platz. Und ich bin auf dem dritten Platz. Und was geht? Ich bin auf dem nörten Platz. Oh! Irgendwie ist das nicht. So Leute, jetzt geht's weiter. Mit der Wallista. Wallista, mit dem Messer meine ich. Oh, oh! Ähm! Ah, da läuft der! Aber ich krieg den nicht! Das ist der Elkanal! Wir bringen ihn hoch! Alter, ich komm nicht an ihn ran! Du kannst noch so stehen! Jaaa! Alter, Mann! Bin mal gespannt, wenn mich ein PSN-Freund erwischt! Ja, ja! Der Turki 55 Style oder der Lars Goldfisch! Aber ich erwisch immer nur den Maxi oder die anderen, wenn man... Wo? Der ist von Bobos gewesen. Komm schon, Digga! Ja, hier bin ich! Los, Kitsch! Wo macht ihr Stock und Stein? Ich kann Bobos doch gestern! Warum? Ich bin jetzt... Ich suche jetzt Lars Goldfisch! Ich suche jetzt Lars Goldfisch! Ich liebe Lars Goldfisch! Also echt! Der ist so cool! Der hat alles erzählt! Der ist so cool! Oh! Überall die Pünktchen zu sehen! Jetzt müssen wir die uns nur noch einknallen hier! Einen... Einen sammeln! Oh! Leute! Ich hab's wiedersehen! Lars Goldfisch hat mich erwischt, Leute! Ähm... Soll mich mal adden! Und mal erwischen! Er wird dran mit mit zocken! So sieht's aus! Also, ich sag' euch mal die Add-Namen, die ihr adden könnt! Lars Goldfisch und den Turki 55 Style! Ich bin jetzt sehr mütig, Mann! Ah! Ich... Nicht schon wieder von Lars Goldfisch! Guckt euch an, wie ihr mich vernichtet! Sehr schön, was du das gemacht, Lars! Wenn er nicht adden will, kann er auch sauber nicht machen! Ich hab kein Problem damit! Ja, die Accounts sind ja oben eingeblendet! Das seht man ja an der Stimme! Die ihr adden könnt! Ja, und ähm... Da ist er noch! Dann müssen wir dann auch wohl schreiben, wer äh... Komm schon, Digga! Komm schon! Ich krieg die nicht! Dass... Ihr nicht so einen Kiff gesehen habt, dann weiß ich auch bescheuert! Und... Wom... Wom... Schwierig! Schwierig zur Tötung! Ja! Und... Da wär' ich angestackt! Und... Sorry! Ich bin schön! Eieute, mann alle! Jetzt gucken wir mal auf die Lobby Leute! Lars Goldfisch ist ganz oben! Der Volk von Turki55 Styles haben die, glaub ich, wieder zu! Turki55 Styles ist halt ein ganz normaler Partyspiel-Modus! Und... Und... Nicht schon wieder von Lars Goldfisch! Den krieg ich schon noch, den Lars! Der erreicht hat! YouTube Gamescom Barco! Jawoll, Leute! Das kriegt ja eh noch so eine Brüste jetzt! Nein! Oder? Na klar hau ich ab, Digga! Und ich beende mal das Video wieder! Bei eurem... YouTube Gamescom und Lars Goldfisch im Turki55 Styles... ...verabschiedigen wir uns jetzt mal... Äh... Da hab ich die Zunge brent ja drin! Egal! Ich sag nur tschau bis zum nächsten Mal! Euer YouTube Gamescom und euer Lars Goldfisch und neue Turki55 Styles!